So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und es geht fleißig weiter, der nächste Artikel, der ordentlich durchgenommen wird. Alles zu XL-Bomb-Bombs in Pokémon GO, denn der Aufschrei war groß, als es hieß, es wird dann für die, äh, also Levelaufstieg, Maximal-Level 40 auf Maximal-Level 50, nicht nur der Trainer-Level, auch der Pokémon-Level kann bis 50 hochgepusht werden, Leute sind durchgedreht, was, wie viele Bon-Boms das dann wieder kostet und wie viel Staub, die sind doch verrückt. Auch diese Umwandlung von, wenn ihr 100 Bon-Boms umwandelt, kriegt ihr ein XXL-Bom-Bom und für ein Rayquaza oder sonst was, musstet ihr dann 24.500 Rayquaza-Bom-Boms umwandeln, um genügend zu haben, um von Level 40 auf 50 zu pushen. Erstmal müsst ihr aber genügend haben, um von Level 20 oder 25 aus dem Rayquaza auf Level 40 zu pushen und dann so viele, wer hat das? Niemand. Aber, wie immer, gibt es natürlich auch mehrere Wege, man sagt ja immer, alle Wege führen nach Rom, mehrere Wege XXL-Bom-Boms zu erhalten, XXL bin ich, XL sind die Bon-Boms, seht ihr ja, das ist ein X, das ist ein L und, da wollen wir jetzt mal fix drauf gucken, da ist auch eine schöne Liste dabei, ne, wofür man die braucht, wisst ihr ja, ähm, wie ihr die dann bekommen könnt, seht ihr hier, da gibt es verschiedene Sachen, XL-Bom-Boms kann man auf verschiedene Art und Weise verdienen, alle bisher bekannten Wege, um die neuen Bon-Boms zu sammeln, haben wir für euch aufgelistet. Pokémon fangen, wild. Und das klingt doch schon mal richtig gut, denn ihr könnt 0 bis 3 XL-Bom-Boms bei wild gefangenen Pokémon bekommen, es gibt ja nicht nur legendäre Pokémon, die man... Also es gibt ja nicht nur legendäre Pokémon... Was ist denn? Es gibt ja nicht nur legendäre Pokémon, die man pushen will auf Level 50, man will ja vielleicht auch andere Sachen, wie zum Beispiel Glurak. Ihr habt euer Glurak am Start, euer 100er Glurak. Ich weiß nicht, wieso ich Glurak nehme, auf jeden Fall, ihr sagt, ich habe ein 40er, 100%, mache ich immer Mega-Glurak draus, ich will jetzt aber ein Level 50er Glurak haben, will dann Level 50er Mega-Glurak draus machen, richtig heftig und so. Also müsst ihr theoretisch dann Glumanda fangen. Glumanda, Glutexo, Glurak, alles zählt dabei. Ihr könnt für diese Familie dann also XXL-Bom-Boms bekommen, die ihr dann auch braucht, um euer Glurak wieder zu pushen, ist also irgendwo eine sinnvolle Sache und so machen auch Sea-Days, die es bisher schon mal gab, wie zum Beispiel Glumanda, wo ich mich so gesträubt habe, Glumanda Sea-Day, was schon wieder wiederholt, was soll der Mist, aber jetzt würde ich mir dann wünschen, dass ein Glumanda Sea-Day zum dritten Mal kommt, damit man eben schön XL-Candys abstauben kann durch das Fangen von wilden Pokémon. Ich hoffe, das passt so. Aber ebenfalls gilt das natürlich auch für Raid-Bosse, was ein bisschen enttäuschend wirkt, weil da gibt es nur ein XL-Bom-Bom. Klar, Raid-Bosse, stellt euch vor, ihr habt Glumanda im Einer-Raid. Ihr raidet den und dann, yeah, ich habe ein XL-Bom-Bom bekommen. Anstatt ihr das Glumanda, was neben der Arena sitzt, fangt und kriegt gleich drei, wenn ihr Glück habt, sollte man bei Raid-Bossen also wirklich darauf achten, dass ihr die Raid-Bosse macht, die ihr eben nicht wild bekommen könnt oder entwickeln könnt, wo wir wieder beim Thema Raid-Quaser sind zum Beispiel. Ihr kriegt also bei Raid-Quaser dann nicht nur Raid-Quaser-Bom-Boms aus dem Raid, wo es also immer wichtiger ist, jedes Bon-Bom mitzunehmen und vielleicht auch mit doppelten Bären, also mit Bären doppelt Bon-Boms zu generieren und zu fangen, wenn ihr genügend Bälle habt. Auch Sonder-Bon-Boms zu nehmen, reinzustecken oder eben auch aus dem Raid-XL-Bon-Boms mitzunehmen. Das wird auf jeden Fall wichtiger sein. Und das Pushen wird wohl das härteste Erlebnis in Pokémon GO werden, was ihr bekommen könnt. Und Pokémon tauschen auch 0 bis 1 XL Bon-Bom. So wie es aussieht, würde dann die Distanz gar keine Rolle spielen. Denn sonst würde ja vielleicht auch darstellen 0 bis 3, sodass ihr, wenn ihr nicht tauscht, bekommt ihr keins. Bis 10 Kilometer bekommt ihr halt dann 1, ab 100 bekommt ihr dann halt 3, aber 0 bis 1, dann dürfte die Kilometer-Tausch-Distanz ja trotzdem egal sein. Aber das verleitet die Leute natürlich trotzdem auch wieder mehr zum Tauschen. Tauschen hier, tauschen da. Tauschen mache ich eigentlich gar nicht mehr, seitdem ich alle als Lucky-Pokémon habe. Tausche ich eigentlich nicht mehr großartig, nur noch bei garantierten Lucky-Trades. Bist ihr noch ganz dicht oder was? Adi, Schatz. Der Adi hat eine Maus gefangen. Ist aber nur eine Stoffmaus. Pokémon ausbrüten. 5 Kilometer Ei bis 16 XL-Bon-Boms. 10 Kilometer Ei bis 24 XL-Bon-Boms. Eier brünen wird also richtig genial für XL-Bon-Boms. Gerade wenn man was bekommt, wo man sonst sagt, so ein Dreck, freut man sich jetzt. Stellt euch vor, ihr brütet Nebulak aus. Bisher immer, so ein Mist, was will ich damit. Aber jetzt, wenn ihr XL-Bon-Boms dafür bekommt, um euer Mega-Gänger zu pushen, wäre das auf jeden Fall eine richtig fette Sache. Warum jetzt nicht 2 Kilometer, 7 Kilometer und 12 dabei stehen, weiß ich nicht. Gibt es das wirklich nur da oder sind das eben nur Beispiele? Pokémon verschicken gibt ein XL-Bon-Bom. Also viel fangen, viel verschicken. Auch generell, wenn diese Spotlight-Stunden sind, ihr kriegt doppelte Bon-Boms fürs Verschicken. Und würdet auch XL-Bon-Boms bekommen, dann lohnt es sich ja erst recht, weil durch die normalen Bon-Boms, die ihr umwandeln könnt, könnt ihr ja auch wieder XL-Bon-Boms generieren. Also diese ganze Bon-Bom-Spielerei wird auf jeden Fall richtig heftig. Und immer, wenn ich das Wort Bon-Bom sage, könnt ihr einen kurzen Trinken mal gucken, wie lange ihr die Folge aushaltet. Umwandlung von regulären Bon-Boms. 100 reguläre Bon-Boms gleich 1 XL-Bon-Bom. Das ist ja das, wo die meisten gesagt haben, boah, miese Abzocke. Ist aber trotzdem dadurch auch möglich. Es gibt ja viele, wenn ich sehe, der Brain aus Thema, der jeden Tag postet, der hat die 25.000er Marge erreicht bei seinen Eboli-Bon-Boms. Kann er ja gleich alle komplett umwandeln und sich ein fettes, na gut, was will man damit? Ein fettes, großes... Vielleicht für Glaziola? Glaziola, gut, ist eigentlich ein guter Eisangreifer. Das auf Level 50 vielleicht, aber... Ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Ich habe meine Lade-TMs und so, habe ich auch alle noch, habe ich noch nie eine benutzt. Alle anderen haben schon alle rausgefeuert. XL-Bon-Boms, sonst was, wüsste ich auch gar nicht. Mit was, mit was läufst du denn dann? Was fängst du denn? Was raidest du? Auf was konzentrierst du dich? Was muss sein, was muss nicht sein? Also, das Spiel wird auf jeden Fall immer komplizierter, wie man sieht. Im Gegensatz zu den regulären Bon-Boms wird... Ach, von denen man pro Tag grundsätzlich 3 erhält bei... Pro Fang, was lese ich denn? Im Gegensatz zu den regulären Bon-Boms, von denen man pro Fang grundsätzlich 3 erhält bei entwickelten Pokémon 5, respektive 10, ist die Anzahl der XL-Bon-Boms beim Fang zufällig. Ihr könnt also... Kann sein, ihr fangt ein entwickeltes Glurak und kriegt nur 1, fangt einen Glumander und kriegt 3. Das heißt nicht, dass ihr beim Glurak mehr kriegt als beim Glumander. Zufall, ja? Erklärt sich von alleine. Ihr könnt... Na gut, die sagen das, was ich gerade gesagt habe. Hinweis zum Tauschen. Wie einige Spieler herausfanden, ist es beim Tauschen ebenfalls zufällig, ob einer oder beide Spieler XL-Bon-Boms erhalten oder nicht. Im Tauschspielschirm ist jedoch immer schon vor dem Tausch zu sehen. Ob man für diesen Tausch Bon-Boms erhalten wird oder nicht. Also jetzt, wenn getauscht wird, immer dazuschreiben. Und? XL? Und der andere, nee, du? Nein? Cool, wollen wir noch eins tauschen? Ja, der Trick. Sofern beim Tausch keine XL-Bon-Boms angezeigt werden, bestätigt zunächst ein Spieler den Tausch, sodass der Button anschließend orange wird und zum Abbrechen-Button wird. Nun drückt man auf Abbruch und schon wird der Tausch neu gewürfelt und mit etwas Glück erhält man nun XL-Bon-Boms. Also das Tauschen wird also auch eine Lotterie. Ihr wühlt so lange im Tauschspielschirm rum, bis ihr XL-Bon-Boms bekommt für euren Tausch, aber dann auch nur, wenn beide. Und da vergeht für einen Tausch manchmal schon zwei Tage. Da müsst ihr also aufpassen. Dieser Vorgang kann man beliebig oft wiederholen, bis man XL-Bon-Boms erhält. Am Anfang werden die XL-Bon-Boms noch vermehrt selten sein. Tauscht also mit einem Freund möglichst viele Pokémon 1 zu 1, um eure Ausbeute an Bon-Boms zu maximieren. Verschickt die Pokémon im Anschluss an den Tausch, um nochmals XL-Bon-Boms zu erhalten. Hannes, wollen wir mal wieder eine Trade-Session machen? XL-Sonder-Bon-Boms. Neben regulären Sonder-Bon-Boms wird es künftig auch XL-Sonder-Bon-Boms geben. Diese werden bei neuen Level-Up vergeben und werden vermutlich auch in Raids oder durch Spezialforschungen erhältlich sein. Gerade für legendäre Pokémon empfehlen sich die XL-Sonder-Bon-Boms. Ja toll, beim neuen Level-Up. Also die 40 bis 50, hoffe ich, ja? Nicht, dass jetzt Spieler, die von Level 10 auf 11 aufsteigen, da mit solchen Belohnungen jetzt auch belohnt werden, die wir gar nicht hatten und rückwirkend auch nicht mehr bekommen. Das andere gibt es ja gar nicht und ist für die Höheren, also das wäre sinnvoll. Aber bitte nicht andersrum. Bei Pokémon aus dem Raid oder aus einem Team-Go-Rocket-Kampf kann man XL-Bon-Boms erhalten, diese sind jedoch nicht garantiert. Entwickelte Pokémon haben keine höhere Chance auf XL-Bon-Boms und geben auch nicht mehr XXL-Bon-Boms. XL. Als Pokémon, die nicht entwickelt sind, ja? Das habt ihr ja vorhin schon gesagt. Beim Massenverschicken kann man mehr als ein XL-Bon-Bom erhalten. Aktuell ist keine maximale Anzahl an XL-Bon-Boms bekannt. Doppel-Bon-Boms-Events haben bislang XL-Bon-Boms nicht beeinflusst. Fazit. XL-Bon-Boms zu sammeln wird eine lange Zeit in Anspruch nehmen, ebenso wie das Erreichen von Level 50. Abgesehen von den Spielern in Australien, die dieses Feature bereits testen, haben weltweit keine Spieler einen signifikanten Vorteil, da alle Spieler mit 0 Bon-Boms beginnen und sich diese für jede Spezies Pokémon neu verdienen müssen. Noch wissen wir nicht genau, welche Auswirkungen Pokémon über Level 40 auf die Meister-Liga der Pokémon-Go-Battle-Liga haben. Genau. Ist aber eigentlich auch egal. Niantic, genau, was sie dann hier fair spielen, was heißt fair, wenn ich einfach, wo ist es, wenn ich jetzt halt einen 100er habe und pushe das und rede mit einem 100er Dialga an und der andere hat nur ein 93er Dialga, dann ist meins halt eben besser. Da sagt man doch auch nicht, das ist unfair. Der 93er kann es ja nicht höher pushen als ich, also. Das ist ja schon immer auch nur ein Glücksspiel. Der kriegt beim ersten Raid einen 100er raus und der kriegt beim ersten Raid nur einen 84er raus. Also man hatte ja schon immer sozusagen einen unfairen Vorteil, aber wenn man sich die Mühe macht, das 100er zu pushen und Bon-Boms zu sammeln und Staub auszugeben und man ist dann eben besser als der, warum ist es dann unfair, wenn einer sagt, ich setze alles daran, meinen Dialga jetzt von Level 40 auf 50 zu pushen und dann in der Go-Battle-League anzutreten. Ein anderer hat theoretisch ja auch die Möglichkeit in diesen oberen Gefielten. Warum ist das unfair? Findet ihr das unfair, wenn jemand mit einem 50er Level Pokémon antritt? Ja oder nein? Theoretisch ist das ja jedem zugänglich. Aber gut, das ist ja klar. Wenn es mich dann trifft, dann sage ich auch, das ist unfair. Aber so werden Trade Sessions auf jeden Fall wieder interessant. Egal ob Lucky oder nicht. Man guckt einfach, dass man XL-Bon-Boms bekommt und ganz viele Bon-Boms von den einzelnen ganzen Pokémon, obwohl, was will man jetzt, Waumball auf Level 50 pushen. Man tauscht einfach am Tag 100 Mal Dialga, bis man genügend Bon-Boms hat, was ja auch nur einmal geht. Also keine Ahnung. Das lohnt sich ja dann bei Lavitar. Tauscht einfach 100 Lavitar pro Tag, was eigentlich fast nicht möglich ist, weil bestimmt keiner 100 Stück auf der Hand hat. Da wäre es aber sinnvoll, dafür zu sammeln, dass ihr mal einen Despot da auf 50 pushen könnt. Oder bei Dratini-Dragoran oder bei, fällt euch noch was Sinnvolles ein, schreibt es mal rein. Die meisten sind ja legendäre, wie Mewtwo, Kyokre, Groudon, wo man jetzt wirklich die Bon-Boms braucht und dann wird das mit dem Tauschen Quatsch. Was kann man für kleine Sachen tauschen, dass man dann pushen kann? Macholo fällt mir noch ein, dass man so Machomai, die Machomai-Armee ein bisschen höher ziehen kann. Da sind wir auch gleich bei Praktibalk vielleicht dabei als Kampfangreifer, ein paar gute Sachen. Und Riolu, Baby-Pokémon. Riolu hin und her tauschen. Spielerkampf, alles ist Kampf. Schreibt mal noch ein paar andere Pokémon rein, die ihr dann vielleicht auf Level 50 ziehen wolltet, die keine legendären sind und warum. Das jetzt aber alles zu XL-Bom-Boms und XL-Sonder-Bom-Boms und ich würde sagen, ich nehme noch was auf und melde mich dann nochmal zurück. Das war es also von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses.